Und so setzten unsere jungen und kühlen Trauer ihre Reise fort. Ihr Leitstern angesister Gefahren dieser Welt war der fesche Flag, der nie im Leben ein Vampir ist. Als sie den Fonskogurwald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Oder im Busch? Nein. Ja, ey, glatzt natürlich kein Vampir. Haben wir ja gerade eben gesehen. Auch. Nein. Darf nicht. Jetzt habe ich wieder falsch gepasst. Ich würde sagen, wir machen erstmal den. Dann gehen wir weiter. Das steht hier bei Frum-Zug-Kammeln. Berg vom Gomblens. Wie es einfach der gleiche Synchronsprecher ist wie am Anfang, bei der Dinosaur. Ja. Ja. Also dann, ja, du kannst jetzt was der... Danke. Achso, ich hab nichts gemacht, du vermuchst der Atomatsch oder so. Gehen kann... Los geht's. Wie man sehen kann... Ach, schade. Ich weiß gerade, wer weiß, dass da keiner abgeht. Fuck, ich will die nicht heilen. Wie macht ihr das? Ach, nein. Hey, Panik! Na, stopp. Oh Mann, ich muss mal... Unten sind... Unten sind die Schaden, das muss ich mir mehr... Könnt ihr mir bitte aufhören? Nein, im Hals. So. Nein, ich bin zu langsam. Oh, da rein. Fireball! Aus der Weg, aus der Weg! Brennen! Durch das Höllenfeuer! Cool ist das Spiellauf. Durch die Gegend, halt, hier geht's ja weiter in die Höhle. Ah, da geht's lang. Garantiert geht's hier weiter. Ja, genau. Ja, da geht's halt. Ja, da geht's ja erstmal. Oder wie gut ist. Ah, cool. Regen. Das konnten wir doch schon. Nee. Doch, klar. Guck mal. Was ist das? Ist das kein Regen? Warte mal. Wasser. Und Dampf. Ich sehe es nicht. Nee, Wasser und Dampf. Wasser und Dampf ist Regen? Ja, aber als erstes Wasser. Und als O. Wo? Okay. Aber wie machen wir? Ja, gut. Ich würde sagen, ihr drückt jetzt nicht A. Doch, ich drücke A. Ganz oft drücke ich A. Ja, ein Dampf. Ja, ein Dampf. Verdammt. Verdammt für dich. Ich schneide Platz. Ja, ihr seid mir mal gefragt. Ich bin tot. Da ist mein Dampf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte. Ah, danke. Sehr schön. Das macht sich doch lustig. Wir werden dich gleich wundern. Warum hattet ihr Herzen? Warum hattet ihr Herzen? Was schaut aus? Das wollte ich nicht. Danke. Oh, Mann. Was ich echt machen wollte, ist... Äh, wo wäre das? So irgendwie. Genau. Los geht's. Ach mein Gott, danke. So langsam. Bin ich für dich angezogen. Okay. Ah, nur halb. Sexy. Tade, wir haben Fett verloren. Wie macht man das? Warte. Dann muss das Gruppier haben. Ne. Nein. Nein. Ich hab dir Regen gemacht. Regen? Äh, Wasser zweimal und dann einmal Feuer. Und dann leer. Ah, Wasser zweimal. Mhm. Schöner Start, wenn du wieder bist. Ah. Okay. Ah. Mach mal nochmal so ein Schild, ich glaube, ich kann mir selbst leben. Aber wie hab ich das denn gemacht letztens nicht? Jetzt mach ich Erdbeben aber... Ich glaube so, oder? Ähm. Ja. 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 Ich komm nicht weiter. Ach so. Ach so. Ja, wir verbleben aber ein bisschen Zeit hier. Den... Versuch die Dress. Ja. Komm. Zwischen Sie되. Das ist mir leer. Diagnose und der Wind cruel für Clarke. Ja. Das hat socit angefangen. Nein, wirklich! Spraga宮erivaaaaah! Denn... Ihr wisst was folgt... Ein Bosskampf! Ups! Au! Nein, das... Was macht das denn? Ich töte! Ah! Oh mein Gott! Nein, ich hab das nicht eigentlich... Ah! Alter! Oh mein Gott, ich hab mich sehr gut geblieben... Man sieht das doch gar nicht! Ne, beleb uns wieder! Gut gemacht! Aber wir sind glaube ich die Einzigen, die Magiker... ... die nicht mal die ersten zwei Level haben, die mich spielen können, ohne zu sterben... Nein! Einmal nicht! Ach, wieder ganz normal! Ja... Fast forward... Sock, sock, sock... Beber, better! Super Pali! Super Pali, komm du mal springen! Einmal lo... And I say... Heyyyyyy! Ich sterfe jetzt! Oh, oh mein Gott, ich hab das... Lang! ... ... ... Autsch! Alter, wie viel fette Motte im Zimmer! Lebe! Lebe wie die Zube! Oh mein Gott! Komm! Ja, wir leben mal wieder und so, ne? Ja, bei Zeiten! Wie bei Zeiten? Wie ist das Schiff eigentlich hierher? Komm, so mit dem Herd! Mach es am Rande! Apropos, wir können vielleicht weitergehen Durchs Wasser, wie Jesus Ja, können wir Ich mach mal einen auf Jesus hier Oh oh! Oh, jetzt! Komm! Oh, jetzt! Komm! Wie denn das? Kann man hier mit dem Eiswild sich hier Bewegen? Nein, konnte man nicht Sch, 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 wir müssten Mal das Eis generieren Oder wir landen hier, wie die da hinten Hm Damit könnte man einen ziemlich interessanten Wettkampf machen Ja Du bist liebmäßiger Aber ich würd sagen, wir kommen schneller Sand Hahahaha Wenn man davon redet, schneller Sand Das war zwar, das war zwar sehr knapp Ähh So, erstmal da, erstmal da Juuuuh Was? Weiter mit Stab? Ist dann selber, ist dann selber Stab Ah, ist der selber, alles Wiederbeleben vielleicht? Also wir sind schon immer so irgendwas Ja, wir werden Wewakul sein Wir werden jetzt erstmal in den Fluss gehen Ach, na gut Achso, ums Was? Ja Freeze Und Zero mäßig Nein Pfff Ich glaub nicht Ich glaub nicht Komm Komme ich dauer dich auf Simon. Wir müssen ein bisschen am flieren glaube ich. Komm ich dauer dich auf. Ich dauer dich auf. Komm. Arschgesicht. Ich wollte dich da auch klopfen. Markus. Markus. Wer nennt mich mal bitte wieder? Ich muss eine riesen Motte entöten. Markus? Du hast viel zu viel Spaß damit Viel zu viel No Moment Nein Kommt Oh mein Gott, ich kann nicht kasten Wieder da Oh mein Gott, das ist alles ganz ernst Kommt noch was produktives heute Nein Doch Also geh mir jetzt rüber Wir gehen jetzt rüber Geht's aber nicht weiter Ja, sehr geil Alles für die Kopf Wow, knapp Und tschüss Nein, doch nicht Nein, 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 nein Oh Hehehe 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 WTF, du hast mich mit Wasser gekillt Wie schnell klingt denn das Hehehe Hehehe Krass Achja Hehehe Feuer Auf dich selbst Jaja, ich muss erst decken Schwer Ja, da fehlt noch einer, glaubt ihr nicht? Ne Bis da noch Seht So los geht's Und dann halt weiter Oh, ein Wir müssten nur ein paar Schritte gehen und ihr Landeier Kann man auf dem Wasser rum Ja, Landeier auf dem Wasser Heute ist mein Tag, heute ist mein Tag, heute ist... Oh, oh, ok, schnell, Moment, äh, hören wir das... Äh... Ja, das war... Da drüeg'n! Ahhhhğini manchmal... Heheh! Nein! Komm er zwei Tarn! Er ist der König des Waldes, eine Kuh! Alter! Ich war's ein Hirsch! Ich bin schon wieder tot, schau! So, er geht's nicht lang! Merkt kein ofgt. Also ein bisschen hasten und weiter geht's... Wir stecken hier fest. Steck hier fest. Macht ja nichts. Jetzt. Na kurz ein Abschluss auf den Westkopf. Was ist das? Toll. Toll. Einfach episch. Gratulation. Einfach episch. Wieso hab ich mich selbst getötet? Ich wollte dagegen aushalten. Oh man. Wie macht man das? So, 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 so. Okay, alles klar. Jetzt zur Seite. Meine Genossen. Ich habe nicht alles. Ich habe das. Auf geht's. Töne. Töne. Sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. получилось. Oh, das ist mal heilig, wenn ich nicht mehr schlafe. Wie hoch kann die Zahl gehen? Wo ging das aus? Oh. Ich wurde gesnipet. Hier könnte ich wohl sein. Ich war's noch mal, was ist jetzt besser? Ich war's noch mal. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Und dann sterben. Was? Warum? Komm! Fügt ihr mal! Wohin! Wohin absoluten Gastmann am lieben, ne? Die... Alles klar! Hast du einen Weg? Nein! Na rein! Alter! Los geht's! Danke! Danke! Hier haben wir einen Stein noch. Auf Siegel, krass! Geil, danke! Ich bin froh! 4x Stein und 1x Feuer ist richtig krass! Wenn wir noch treffen würden, ich bin da! Geil, Wohin! Die Säge die Marver Vegas kommen kann nur die Mangan werden Ich versteh nur Bahnhof. Oh mein Gott, wieso tödst du uns immer? Es geht. Ach, Moment. Toll. Na, wenn das so ist, dann. Warum bin ich eigentlich ständig feucht? So, meine lieben Freunde. So, ich bin fertig. Ich belebe dich nicht wieder. Nein, das war dafür, dass du uns ge... Ich hoffe, jetzt kommt... Genau. So, wir ziehen alleine. Passt du. So, wollen wir mal weiter. Ja, ne? Dann mach dir mal weiter. Jetzt eh wieder da. Ja, ja, genau. Wenn wir schon dabei sind. Ah, hm. Dann werde ich mich heilen, werde ich bewerten. Dann werde ich das mal so. Bisschen, ah, da bist du ja. Da warst du mal, meine ich. Da kommen. Okay, komm. Und jetzt geht's, geht's alle. Oh, ich würde sagen. Ich würde sagen, aus dem Weg. Danke. Ich hab uns durch die Huse geschützt und du bist derjenige der uns. Oh, ich hab's nicht wieder gespürt. Oh, ich hab's nicht getan. 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 Um zu überwinden. Oh, wir müssen doch keine Ahnung wo ich kann. Nein, er holt sie. Zunicht. Arkanschild. Oh. Was macht er? Jetzt macht er wieder ein bisschen. Was macht Arkanschild? Zunichtung? Was macht das denn zunichte? Keine Ahnung. Okay, dann kommt, hört ihr mir bitte auf. Alles zunichte zu machen. Warte, lass mal probieren. Let's, vielleicht beendet es. Das macht nichts. Leute, wir müssen... Ja klar. Ja klar. Oh, habt ihr es gesehen? Ich gucke euch jetzt mal an. Zuck! Oh, ist doch klasse. Einfach Eis aus dem Sternkast. Oh Mann. Gah! Ihr seid unwürdig! War richtig geil. Das ist krass. Mach mal 3. Un... Haus dem Schuss. Ich fuhr mit meinem Laser. Oh Mann! Biss noch mal her. Ich teетров. Ja komm! Du schüfft mein Arzt ehe da? Wenn du unten drüber 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 drüber. Das tue ist echt eine Hölle. Oh, da ist gut was drin. Tatsächlich. Wie macht man das jetzt nochmal aufs Schwert, Karsten? Weg mal auf... Shift und nach links kriege. Geht mal aus dem Weg. O.K., ich beschleunige das ganz normal, okay? Gut, jetzt hab ich mich selbst getötet. Geil, danke. Autsch. Ja, heilen den Fall, genau. Mel, erleb uns. Kühlschrank drin, wirklich. O.K., Leute, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. O.K., jetzt durchgebracht. Viel, die Galitation, du herzlust. Da ist was drin. Meins. Heftpost, stopp. Cool, der macht uns keinen Schaden mehr. Der macht uns keinen Schaden mehr, oder? Der macht uns keinen Schaden mehr, oder? Noch mehr. Die Gegner war durch, durch. Wow. Okay, danke. Ey, nicht mein Stab, glaube ich. Ach ja, ich heil dich ja. Eifel, ich bin nass. Oh mein Gott, der kommt. Wer von euch macht mich denn nicht feucht? Oh. Bist du den Stab mit dir oder was? Bist du den Stab mit dir? Bist du den Stab mit dir? Alter. Das mit Blitzen ist uncool, weil Blitze schaden uns, weißt du. Ah ja. Boah, es ist immer so schwer zu denken, was man jetzt aktivieren kann, was man da aktivieren kann. Ich brauche ein bisschen Heal. Ein bisschen langsam. Undankbarer Stück Scheiße. Oh ja. Jetzt kriegt keiner von uns den Fortschrank. Hi. Es ist die Schlange aus der Reporter. Oh ja. Oh ja. Alles klar. Und wie mache ich das? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Einmal das. Und sterben. 1, 2, 1, 2. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist doch nicht. Ich kann das nicht. Ja, geil. Doch. Aber du machst auch nicht genau. Mein, 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 meine Fugel fällt ab. Habe ich mir so krass meine Fugel. Gift kann mir leben auch. Ja. Das war's mit mir. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Leben. Oh, nee, macht nix. Wie wär's mal mit, äh, W.A. 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 leert hast du? Ja, danke. Hä? Wie soll man denn das haben? Gut, kann ich erst mal in die Ruhe gucken? Ja, muss auf den Kopf zählen. Ja, okay. Das stimmt nicht. Ich kann den Kopf zählen. Du, 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 du. Oh mein Gott, mein, das ist alles. Warum zahle ich's nicht endlich? Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt darf ich aber... Mein, mein scheiß Ball fällt aber ab. Hier. Okay, das ist besser. Meine Bälle fallen aber ab. Wir werden in der Falle fallen. Wir werden in der Falle fallen. Oh mein Blitz. Jetzt! Oh, oh mein Gott. Okay, ich hab noch nicht gesehen. Jetzt! W.A., W.A. Ach, was? Wir haben jetzt einen Akkan, oder ist der wirklich die Ruhe? Hä? Ja, ich mach den auch. Ja, Akkan war gut, ich denk mal. Ah... Wir schaffen so gut. mehr oder weniger gut und elegant. Ja. Und ich denke, das reicht dann auch. Erst mal Story. Kommt in den nächsten Part. Die Belohnung für die Rettung des Dorfes Dunderhead war eine Kustfahrt nach Havindsch, oder wahre König sie erwartete. Und just als die Stadttore erreichten, fiel die erste Schneeflocke. Der Text passt nicht zum Gesprochene. Egal. So, fertig. So, fertig. Aber wie das abläuft, sehen wir beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.